Ich... Ja, der macht sich gut, der Junge. Ich denke, du... Junge, Papa! Ich glaube, das Spiel will, dass ich kurz pissen gehe. Warum? Ach, Mann, wie der Single-Tag! Wir gucken in Harry Potter, jeder schreibt irgendwas zu Harry Potter. Und jemand schreibt, random einfach, denkst du, ein Fan wolltest schon mal am Mars glatt zu streicheln. Cheater! Cheater! Ist das ein Viewer? Der ist ja Ultra-Ass. Stabilis ist C und D, wir müssen... Ich bin, ich bin so im Modus. Ich bin auch übertrieben. Nein! Ja, let's go! Dude, what the fuck? Yo! Was ist denn in diesem Game verkehrt, Bro? Oh! Digga, er hat auch jeden Schuss auf den Kopf getroffen, einfach. Sorry, Bruder. Sorry, Digga. Wusste nicht, dass ich gegen Schroll spielen muss.